Wirdet ihr mich bewundern und als Held mich sehen, wenn ich hier und heute die Wahrheit euch sag? Auch ich hab mal Angst und Fehler können geschehen. Ich bin nicht immer mutig und stark. Wie ein neuer Tag anbricht und das Dunkel wird zu Licht, so sollten wir dran glauben, auch er ändert sich. Jedes Pony hat sein eigenes Ich, keine Schneeflocke der anderen gleicht. Stärke ist nicht genug, man ist erst dann wirklich klug, wenn man sein Ziel auch mit Freundlichkeit erreicht. Wie ein neuer Tag anbricht und das Dunkel wird zu Licht, so sollten wir dran glauben, auch er ändert sich. Wirdet ihr mich bewundern und als Held mich sehen, wenn ich hier und heute die Wahrheit euch sag? Es hat seinen Sinn, er nimmt mich so wie ich bin und er wird ganz bestimmt zu mir stehen. Wenn ein neuer Tag anbricht und das Dunkel wird zu Licht, dann sollten wir dran glauben. Wollt ihr nicht daran glauben? Wir müssen daran glauben, auch er ändert sich. Ängeläi N поехal 1940 Juli 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 Vielen Dank.